Hallo zusammen und willkommen zum fünften Teil von Kapitel 2, in dem es mal nicht so mathematisch zugeht wie im letzten Teil, sondern mehr um die praktische Anwendung, nämlich darum, wie wir das, was wir in der diskreten Signalverarbeitung machen, auch mit Hilfe von Python oder MATLAB auf den Bildschirm bekommen können. Sie sehen schon, es geht ein bisschen bunter zu. Die Dinge, die wir brauchen, ist klar, zum einen der bekannte MATLAB-Hügel, dann haben wir Spyder, das ist die Python-IDE, wir haben SciPy, die Python-Bibliothek mit den ganzen Routinen für die Signalverarbeitung und generell wissenschaftliche Funktionen und schließlich die Matplotlib, die Plotting Library von Python. Sie sehen schon, Python ist deutlich modularer aufgebaut als MATLAB mit allen Vor- und Nachteilen. Wir haben uns in den letzten Kapiteln angeschaut, auf welche Arten man die Systemfunktion H von Z schreiben kann. Wir haben gesehen, die Polynom-Schreibweise mit negativen Koeffizienten, das ist die, die man direkt aus dem Signalflussgraf oder der Differenzengleichung ableiten kann. Die kann man leicht umformen in die Polynom-Form mit positiven Koeffizienten und schließlich kann man auch mit ein bisschen Glück oder viel Arbeit oder einer entsprechenden Software diese Polynom-Schreibweise umwandeln in die Polen-Null-Stellenform. Ja, okay, hier geht es jetzt nicht so schwierig, diese Umwandlung, diese Umwandlung, die schafft man gerade noch. In Python und MATLAB kann man die Systemfunktion auf verschiedene Arten definieren. Die gängigste ist die basierend auf den Polynom-Koeffizienten und zwar aus der Form mit positiven Exponenten. Da sehen wir, der Zähler wird einfach hier über die Faktoren definiert und der Nenner genauso. Wichtig ist dabei nicht, die Koeffizienten zu vergessen, die den Wert 0 haben, weil ansonsten kommt Python ja durcheinander mit der Reihenfolge seiner Koeffizienten. Dann gibt es die Möglichkeit, die Nullstellen und Pole herzunehmen und mit Hilfe von denen H und Z zu definieren. Da gibt es ein paar kleine Syntax-Unterschiede zwischen MATLAB und Python. MATLAB unterscheidet, ob so ein Array, das übergeben wird, ob das Polynom-Koeffizienten enthält oder Nullstellen bzw. Polstellen, dadurch, dass man Null- und Polstellen als Spaltenvektor schreibt. Spaltenvektoren schreibt man in MATLAB mit einem Semikolon als Elementtrenner und in Python gibt es das eigentlich gar nicht. Das heißt, in Python schreibt man die Nullstellen genauso, nämlich separiert durch ein Komma, wie die Polynom-Koeffizienten. Das heißt, dass wenn man das übergibt, dass man den entsprechenden Funktionen dann noch mitteilen muss, ob das jetzt ein Pol-Null-Stellen-Vektor oder ein Koeffizienten-Vektor ist. Ein weiterer Unterschied ist die Schreibweise von komplexen Zahlen. In MATLAB ist J die imaginäre Einheit. Das heißt, hier muss man schreiben, minus 0,9 mal J. In Python ist das einfach ein Vorfaktor. Das heißt, diese minus 0,9 J kann man auf diese Art schreiben. Die definiert dann die entsprechende Polstelle. Wenn ich einfach nur J schreiben will, muss ich in Python ein J schreiben. Ich kann jetzt umrechnen zwischen der Pol-Null-Stellen-Schreibweise und der Koeffizienten-Schreibweise mit der Funktion Roots zum Beispiel. Roots, wie der Name schon sagt, zieht die Wurzeln aus dem Polynom und dann erhält man seine Null- und Polstellen. Man muss ein bisschen aufpassen. Bei Polynomen höherer Ordnung funktioniert das aufgrund von numerischer Genauigkeit dann nur noch begrenzt gut. In der anderen Richtung funktioniert es besser. Da gibt es die Funktion Poly. Das schnappt sich die Nullstellen bzw. Polstellen, multipliziert das Ganze quasi aus und dann erhält man die Arrays für B bzw. A. In Python sind diese Routinen, Roots und Poly, in der NumPy-Bibliothek enthalten. Das heißt, hier muss man dann NumPy.Poly voranschicken oder wenn man es entsprechend abgekürzt hat, np.poly. Alternativ gibt es noch die Funktionen zp2tfk bzw. tf2zp, also Zero und Pole to Transfer Function oder umgekehrt, mit denen man diese Rechnungen hier auf einen Rutsch durchführen kann. Die sind in Python in der scipy.signal-Bibliothek enthalten. Hier gibt es noch feine Unterschiede. Es gibt zp2tf und 2tfk. Da muss man dann in der Anleitung mal im Detail nachgucken. Diese Form ist hier gedacht für zeitdiskrete Systeme. Die tf ist für zeitkontinuierliche Systeme. Das würde jetzt ein bisschen weit führen, hier darauf einzugehen. Wenn ich jetzt mein System definiert habe, dann möchte ich natürlich es auch analysieren. Und eine Möglichkeit, das zu analysieren, darzustellen, ist die z-Plane-Funktion. Die nimmt die Nullstellen und Polstellen und stellt sie dar. Oder sie nimmt die Zähler- und Nennerkoeffizienten, formt sie intern um und stellt sie dann auch so dar. Das ist das, wo man jetzt in MATLAB diese Vektoren, diese Arrays, einmal als Spalten und einmal als Zeilenvektor übergeben muss. Das P und das A ist optional. Das ist reine Bequemlichkeit. In Wirklichkeit braucht man die natürlich. Aber wenn man sich jetzt nur Firrfilter enthält, dann haben wir gelernt, dass Firrfilter nur Polstellen im Ursprung enthalten, die jetzt nicht so rasend interessant sind. Und genauso ist es für die Koeffizienten A. Das ist im Prinzip eine 1. Und auch das muss man nicht unbedingt angeben. Man sollte natürlich trotzdem im Kopf haben, dass dieses P hier eigentlich dann eine n-fache Nullstelle im Ursprung hat, damit das System kausal bleibt. Und das Ganze kann man dann auch zurückrechnen für das A. Das überlasse ich Ihnen. So, das haben wir gerade schon gesagt. MATLAB unterscheidet da. Python unterscheidet erstmal gar nicht, weil es diese Funktion standardmäßig gar nicht gibt. Aber ich habe da eine Implementierung für geschrieben, die Sie in dieser dsp-fpga-lib.py finden. Da müssen Sie, damit Python weiß, was es denn jetzt gerade übergeben bekommen hat, den Parameter zpk gleich true oder gleich false setzen. Dann funktioniert das ansonsten genauso wie die MATLAB-Routine. Der wichtigste Befehl ist eigentlich der Befehl FRIG Z. Und der berechnet den komplexen Frequenzgang von meinem System H entlang des Einheitskreises. Und zwar ausgehend von den Polynomenkoeffizienten B und A. Jetzt wieder kurz eine Zwischenfrage. Was machen wir, wenn das System nicht vorliegt in den Koeffizienten B und A, sondern wenn wir es spezifiziert haben nur mit den Polen-Nullstellen P und Z, dann rechnen wir es erst um in B und A. Und dann können wir den Befehl FRIG Z benutzen. Es gibt zum einen eine kompakte Form dieses Befehls. Da wird nichts zurückgegeben. Man übergibt diesen Befehl einfach nur FRIG Z von B und A. Das gibt es nur in MATLAB. Und das plottet direkt Betrag und Phase. Auch wenn das nicht sehr ansehnlich ist und nicht sehr konfigurierbar, ist das für einen schnellen Überblick, wie eigentlich die Funktion aussieht, ist das ganz praktisch. Ansonsten kann ich meine Plots mir dann auch selber definieren, indem ich in einem ersten Schritt mir zunächst den komplexen, Frequenzgang und die dazugehörigen Frequenzpunkte als zwei Arrays mit gleicher Länge übergeben lasse. Das gibt es in Python auch. Aus Gründen, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann, werden hier allerdings die Parameter in anderer umgekehrter Reihenfolge übergeben. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Skripte anpasst. Jetzt habe ich die Arrays W und H übergeben bekommen und kann die jetzt plotten. Dabei muss ich aufpassen, ich darf nicht einfach nur das H plotten, weil das H ist komplexwertig und da passieren dann Überraschungen. Python beispielsweise plottet dann nur den Realteil von H, gibt glaube ich noch eine Warning aus. Das sollten Sie auf jeden Fall so umformen, wie Sie das sehen wollen. Also entweder mit Abs für den Absolutteil von H oder vielleicht nochmal explizit den Real- oder Imaginärteil von H sich ausgeben lassen, wenn das ist, was Sie sehen wollen. Das W ist die normierte Kreisfrequenz. Das heißt, wenn Sie das in normalen physikalischen Frequenzen dargestellt haben wollen, müssen Sie das dementsprechend noch skalieren, indem Sie zum Beispiel durch 2π teilen und mit der Abtastfrequenz fs multiplizieren. Wenn Sie am Phasengang interessiert sind, können Sie das natürlich genauso machen. Dann machen Sie bei Angle von H berechnen Sie halt die Phase. Als weitere optionale Parameter können Sie entweder hier einen Integer übergeben, zum Beispiel 2048, dann bekommen Sie 2048 Frequenzpunkte angezeigt. Sie können alternativ auch ein Array von Frequenzen übergeben, wenn Sie vielleicht nur bei bestimmten Frequenzen genau wissen wollen, wie an dieser Stelle jetzt Ihr Betragsgang oder Ihr komplexer Frequenzgang ist. Außerdem können Sie die Abtastfrequenz noch übergeben. Dann sind die zurückgegebenen Frequenzpunkte W bereits skaliert mit dem FS. Auch da lohnt es sich nochmal in die detaillierte Anleitung zu gucken. Da gibt es noch so ein paar mehr Feinheiten. Und das ist wie gesagt eigentlich der wichtigste Befehl, den man eigentlich immer braucht, wenn Sie in irgendeiner Form am Frequenzgang interessiert sind. Ja, dann gibt es noch die Impulsantwort. Auch die erwartet als Eingangsparameter die Polynomkoeffizienten B und A. Das müssen Sie in zwei Schritten auch hier wieder machen. Sie bekommen übergeben die Impulsantwort, die eigentlichen Werte und den Zeitvektor und können dann zum Beispiel mit einem Stamplot t, und die entsprechenden Impulswerte plotten und dann bekommen Sie irgendetwas, was so aussieht. Und nochmal zur Erinnerung, die Koeffizienten B, die entsprechen bei einem Firfilter genau der Impulsantwort. Das heißt, das hier ist ein Firfilter, habe ich so definiert. Dann sehen Sie, das sind hier die entsprechenden Koeffizienten des Filters. Das ist sehr praktisch bei Firfiltern. Optional übergeben können Sie noch die Anzahl der zu plottenden Punkte n. Wenn Sie die nicht übergeben, dann versucht Matlab mit einem intelligenten Algorithmus herauszubekommen, wie viele Punkte denn interessant sind. Und dazu werden so Dinge wie jetzt die, sagen wir, dominanten Zeitkonstanten mit berücksichtigt, ob es ein Firfilter, ob es ein IEA-Filter ist und so weiter. Dann können Sie noch die Abtastfrequenz FS übergeben. Wenn Sie das tun, dann bekommen Sie hier nicht einfach die Anzahl des Samples, sondern das Ganze wird dann noch skaliert mit der Abtastperiode. Auch diese Funktionen gibt es in Python noch nicht. Und auch da finden Sie in der DSPFPGA-Lib eine Implementierung von mir. Die ist noch nicht ganz so komfortabel. Das heißt, die Anzahl der zu plottenden Punkte, wenn Sie die nicht übergeben, werden hier automatisch maximal 100 Punkte geplottet oder die Länge der Impulsantwort. Das heißt, da ist noch Entwicklungsbedarf. Wer Lust hat, sich da was zu überlegen, wäre herzlich willkommen. Schließlich, auch wenn wir das hier in dieser Vorlesung nicht behandeln, können Sie H von Z auch in der State-Space-Darstellung, also im Zustandsraum, definieren. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass Sie ein beliebiges LTI-Netzwerk mit Hilfe der Zustandsvariablen S von N definieren können und einem Set von Differenzengleichungen, das ist jetzt bei zeitdiskreten Systemen, oder Differenzialgleichungen bei zeitkontinuierlichen Systemen, und zwar erster Ordnung. Und die Verknüpfung von Eingangs- und Ausgangsgrößen und von den Zustandsvariablen passiert über solche Vektoren und Matrizen A, B, C und D und das sind die, die letzten Endes ihr System definieren. Hier habe ich jetzt ein Single-Input-Single-Output-System definiert, aber Multiple-Input und Multiple-Output ist eigentlich genauso möglich und das ist das, wo diese State-Space-Darstellung auch eigentlich wirklich erst ihre Stärke ausspielt. Man bekommt dann, wie gesagt, so ein Set von Gleichungen, die kann man auch in der Zeitebene oder in der Frequenzebene wiederum betrachten und Sie können auch die Darstellung dann da umrechnen, das heißt, Sie können von dieser State-Space-Darstellung zur Übertragungsfunktion, TF gehen, oder zur Pol-Null-Stellenform und umgekehrt. Ja, das ist alles möglich, aber wie gesagt, das gucken wir uns hier in dieser Vorlesung nicht an. Nur, damit Sie wissen, dass es das gibt, weil in der Regelungstechnik ist das mittlerweile eine sehr gängige Art, zeitdiskrete und zeitkontinuierliche Systeme zu beschreiben. Das war es schon für diesmal. Danke wieder fürs Zugucken und wenn es ums Mitmachen geht, dann müssen Sie jetzt tatsächlich Ihren MATLAB- und Python-Interpreter anwerfen und so ein paar Dinge einfach mal ausprobieren, die ich Ihnen hier in der Vorlesung beschrieben habe. Danke und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.